Wir wollen euch heute jemanden vorstellen. Der ein oder andere mag ihn bereits kennen, der Küchenchef der Mensatulpe. Und der hat immer einen flotten Spruch parat und deshalb haben wir von UniTV ihn gefragt, ob er Teil unseres Teams werden möchte. Hier der Mensamann zum Thema Steuersenkungen. Also die Steuersenkungen, was ich jetzt mitbekommen habe, ist halt nichts, was mich jetzt so groß aufregen würde. Wo ich jetzt sagen würde, das ist das ganz tolle Geschenk. Es sind halt Minimalwerte, die uns da irgendwo zugute kommen. Und deswegen habe ich mittlerweile ein bisschen abgeschalten und sage mir, es ist eigentlich Quatsch, sich mit Politik groß noch zu beschäftigen. Weil meines Erachtens nach ändern können wir es eh nicht. Es machen andere, die die Suppe kochen. Und ich koche mein Süppchen und da bin ich, glaube ich, besser dran.